So, nun für euch im Test. Ganz exklusiv die Pyro Union Schallerzeuger, wie heißen sie, weiß ich gar nicht, Pyro Union Schallerzeuger, Schia Rapper, mit Vorbrenner und 1 Gramm Blitzknallsatz, alles legal in Kategorie P1 Schallerzeuger eingestuft. Unfassbar druckvoll, unfassbar wirklich. Die sind extrem gut, das ist 1 Gramm BKS, das fühlt sich locker an wie 1,5, 1,8, also fühlt sich viel, viel druckvoller an. Echt krass und jetzt gleich mal 2 Stück noch hinterher, ein bisschen mit Abstand, richtig krasse Teile. Alter Schwede. Hier habe ich die Packung jetzt wieder gefunden, also unfassbar, 6 Stück kosten hier um die, ja 10, 11 Euro, unfassbar, holt euch die Teile. Kategorie P1 kann man das ganze Jahr über kaufen, ab 18. Der beste Boiler wirklich in Deutschland, unfassbar krass, unfassbar.